Ja, damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Konzert heute Abend. Ich darf hier im Saal jeden beglückwünschen, der da ist. Es war wahrscheinlich nicht ganz leicht, hier Karten zu bekommen. Herzlich willkommen jeder, der da ist, jeder, der dieses Konzert im Radio oder sonst wie immer miterleben wird. Dies ist das einzige Konzert, was Tangerine Dream dieses Jahr live in Deutschland geben wird. Viel Spaß heute Abend bei Tangerine Dream! Vielen Dank! 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 ! 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